Hey, meine Rabauken, wir befinden uns vor einem Würfel mit insgesamt 20 Parcours-Levels. Gewinnt man ein Level, bekommt man drei Multiversal Lucky Blocks. Verliert man, bekommt man nur einen. Und das sind drei Beispiele, was für heftige OP-Waffen und Rüstungen man dort am Ende des Videos herausbekommen kann. Lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn euch das Video gefällt. Let's go! Auf die Plötze. Fertig. Los! Ich glaube, ich habe einen anderen Flü... 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 Start hat sie gemacht. Egal, Lina, reicht trotzdem. Bam, baladam, dadam. Reicht das? Nein, das reicht nicht. Zack, und da schnabulieren wir uns. Drei Multiverse Lucky Blocks. Und es geht direkt weiter. Direkt mit einem Frühstart ins nächste Level auch. Hier lang. Aber wenn man natürlich weiter hinten ist, hat man den Vorteil, man sieht, wo der andere lang geht. Ja, ja. Oh, ich wollte es kaputt machen. Ah, ja, ja. Scheiße, ich kann das irgendwie... Hä, was denn jetzt? Ah, okay. Einfach diesen, oder was? Jawohl. Und jetzt hier runter. Zack. Eins, zwei, drei, eingetütet. Aber wir haben... Jo, Lina, hast du die überhaupt aus der Kiste rausgenommen, sag mal? Was? Ach so. Hey, ich wusste das. Ach so, da sind... Warte, da ist doch nur einer drin. Ja, natürlich, du hast das Level auch verloren, hä? Ach so, okay, verstehe. Ach so, was ist das? Hey, wo geht's denn der Lager? Ich verstehe. Ja, okay, ich hab's davor nicht verstanden. Ich dachte, wenn man verkackt... Ich verstehe das gar nicht. Hey, der Sprung geht gar nicht. Na, wir sind hier auf jeden Fall richtig. Oder? Kann man da doch aber nicht schaffen. Ah, warte mal, ich hab eine Vermutung. Oh, weil ich so klug bin. Ein Genie. Ein Genie. Jetzt hier hoch. Boah, das macht mir jetzt aber Angst. Hier hoch. Jetzt hier. Oh, Lina, die Katze. Oh, warte, ich schick ihn gleich raus. Hey, hallo, Juge, vergiss es. Junge, was hast du denn gemacht? Ich hab's gehauen. Juge, ich hab auf deine Katze gewartet. Hey, Leute, kennt ihr eigentlich schon Monopoly Go? Natürlich kennen wir alle das ganz klassische Monopoly-Spiel, das ist klar. Aber jetzt könnt ihr Monopoly auf eine ganz neue Art erinnern. Ihr startet in New York, sucht euch eure eigene Spielfigur aus und damit könnt ihr dann natürlich auf dem Spielbett eure ersten Moneten verdienen und damit eure eigene Stadt bauen und upgraden. Das Beste ist aber, wenn du auf einem Bahnhofsfeld landest. Denn da kannst du einen Überfall auf deine Freunde starten und sogar ganze Gebäude zerstören. Wenn du genug Geld verdient hast, kannst du eigene Wahrzeichen in deiner persönlichen Stadt errichten oder einfach weitere Häuser auf dem Spielbrett, die dir natürlich mehr Mieteinnahmen von deinen Freunden organisieren. Auch wenn du zwar in New York beginnst, bist du nicht das ganze Spiel in New York. Du machst quasi eine Sightseeing-Tour mit deinem Handy durch die ganze Welt, durch verschiedenste Städte. Wenn du mal Bock hast, das Spiel kostenlos anzutesten, dann check gern den QR-Code im Video ab. Da kannst du das kostenlos für dein Handy oder Tablet herunterladen oder du klickst einfach den Link in der Videobeschreibung ab. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Viel Spaß! Unter Wasser-Level. Also nicht unter Wasser, aber ich meine Tempel-Level. Junge Ben, du bist so ein Asozialer. Ohne Witz, das ist so assi. Ich hab dich sogar geboostet. Ja, oh, danke. 1, 2, 3, Elina. Manchmal muss man auch unfair sein im Leben. Vor allem du sprichst dir was von unfair. Du bist an mir vorbeigesprinnt und wenn ich gewartet hab, dass deine Katze aufhört zu miauen. Ja, ja, daran hat's gelegen. Und ich reise hier easy das nächste Level. Und dann warte ich auf dich und dich dann nochmal. Du weißt gleich wieder nicht, wo's lang geht. Ich sag's dir. Ich hab's gefragt, dass du mich runterschlägst. Nee, das ist einfach im Kreis einmal. Das ist gar nicht. Du bist ja übelst knapp hinter mir. Ja, hä? Hä, geht das mit Wasser? Oh ja. 1, 2, 3. Boah, Elina, ich hab schon 13, du. Oh, ich hab offensichtlich weniger. Ja, aber wie viel? Das würde mich interessieren. Sag ich nicht. Hast du die überhaupt überhaupt aus der Kiste rausgenommen, sag mal? Ja, na klar, hab ich das. Auch am Anfang? Ja. Du musst haben 3, 7 oder so, ne? Ah, das Level schnappt sich, Elina, glaub ich. Jawohl, endlich. Ich hab's endlich geschafft. Ein Dreier hast du. Jetzt kriegen wir nur einen. Ah, das funktioniert immer besser, wenn ich dazu nicht richtig heiße. Scheiße, hab ich jetzt online. Oh mein Gott. Das hat mich so zurückgehauen. Ich weiß nicht mal, in welche Richtung ich muss. Hab gewonnen. Ist das die richtige Richtung, Leute? Ja, okay, zum Glück. Wenn wir uns beeilen, wir haben, das hat uns so viel Zeit gekostet, dass wir da runtergefallen sind. Zack. Komm, nein. Nee, ich bin wie... Puh. Bin wieder ein genauer Gleichstell runtergefallen. Kann so dumm sein. Hä, war ich überhaupt den richtigen Sprung, sag mal? Mann, ich schaff hier diesen Sprung nicht. Das ist mir doch gerade so wichtig, dass ich hier endlich mal einen Puffer aufbaue. Nee, ich bin dumm, oder so, Alter. Nee, ich bin... Das kann ja alles auch nicht hinhauen hier. Mir wird schlimm. Elina, ich häng immer noch an diesem Eisscheiß. Oh! Alter, Elina, was soll das? Diese Sprünge sind zu schwer. Nur weil bei Elbert springt man nicht weiter. Doch. Nein. Ist so. Ist so. Hey, und jetzt einfach... Hä, warum hab ich den beim ersten Mal nicht geschafft? Der ist doch voll easy. Oh, jetzt nicht runterfallen, Benson. macht keinen Unsinn. Kein Unsinn. Nice, 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 nice. Oh, die nächsten drei eingetütet. Schnell, 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 schnell. Einen eingetütet auf wichtige Basis. Wo geht's hier weiter? Hä? Ich versteh's nicht. Nee. Ich muss irgendwo hier hoch. Hier lang? Nee, hier ist ein Secret. Braucht kein Mensch. Hier lang? Ah, bestimmt den Baum. Ah, ja, ja, ja. Warte, warte, warte. Ich bin ja Sache auf der Sprung. Ja, ja, ja. Hier, hier, hier. Hammer, hammer, hammer. Hammer nicht. Hä? Da geht's nicht hoch. Scheiße. Hä? Ich bin dumm, Elina. Die nächsten drei. Geil. Ah, hier drauf, hier drauf, hier drauf. Okay. Jetzt hier drauf vermute ich mal, oder? Jetzt hier, 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 hier. Zack, schön Schwung holen. Jetzt hier drauf. Genau, und jetzt hier über den Slimerheimer. Zack. Ein eingetütet. Nice. Nein, nein. Oh, ich hab's richtig reingekackt. Elina muss so weit vor sein. Ich bin der Mine jetzt. Wo bist du? Ich bin nach... Am Ende. Ey, ich hab deinen Darm kurz gesehen. Durch drei Wände. Oh, Mann. Was ist das denn hier? Ist das richtig? Ah, ein eingetütet. Nice. Ja, hier lang, hier lang. Ich hab hier einen schwierigen Sprung hier. Hier schwer tue. Oh, gut, 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 gut. Oh, ja. Endlich. Ich bin im Blumenlevel. Wieder ein eingetütet. Junge, ich hab so viel Einser. Er muss den Sprung schaffen. Walski. Ich bin in der Bibliothek. Ja, ja, da war ich auch. Da hab ich ein bisschen Zeitfahrt. Nein. Hab ich überlebt, ist egal. Überlebe ich? Ich hoffe. Hä, wo geht's jetzt lang? Ich bürne. Ich bürne 100 Jahre. Ja. Ja, aber das ist doch nicht richtig, oder? Never ever ist das richtig. Ich denk, ich war doch richtig. Aber ich hab so ein... Ja, ich war richtig. Ich hab's doch nicht gecheckt. Och, nö, Benson. Oh, hier ist so ein anderer Vierer. Ich bin jetzt im Schnee, Wolken-mäßig. Ja, da war ich schon vor zehn Jahren. Da war ich... Da warst du noch nicht mal geboren. Hä? Ich bin älter als du. Oh, Junge. So, jetzt geht's hier. Wir sind schon wieder in einer Geheimhöhle. Oh mein Gott. Die nächsten drei. Ohne Witz werden. Ich schwitze. Hä? Ich hab ein Secret. Ich hab ein Secret gefunden. Äh, ja, in das Haus rein vermute ich mal. Hier ist zumindest die Tür auf. Nee, hier geht's nicht lang. Hä? Ich bin so im geheimen Keller, Elina. Was? Geheimer Keller? So im Farmerkeller, warst du da nicht? Ach so, doch. Da war ich auch. Ich muss auf das Dach. Ich muss auf das Dach. Ja, ja, ich hab's verstanden. Ich hab's verstanden. Da war mir rasch mit lange gebraucht, ey. Ich hab's verstanden. Und jetzt hier lang. Zack. Ich überzeuge mit Skill, Elina. Nicht mit der Stink jetzt. Weiteren Einser eingetütet. So, jetzt geht's hier lang. Okay. Das sieht nach einem Level für uns aus. Wir müssen zuerst herausfinden, wo es hier hoch geht. Das dauert alles zu lang. Wo geht's hoch? Die nächsten drei. Okay, Ben. Wollen wir jetzt mal den Vergleich machen? Ja, mach mal. Wie viel hast du? 30. 30? Ich hab 30, ja. Bruder, ich hab 19. Egal, wir sind grad mal bei der Hälfte. Circa. Das ist noch alles drin, Leute. Wo bist du im End? Ich mach diesen jetzt hier. War ein Fehler. Hätte ich nicht machen dürfen. Scheiße. Ah, ich hätte einen Doppelslimer hier machen müssen. Und jetzt hier lang oder wie? Hier lang? Hier lang? Ähm. Ja. Boah, jetzt hier drauf oder wie? Und hier drauf? Hier drauf? Jetzt bin ich in einem Berg. Hier? Ah, okay. Ja, ja, ich bin richtig. Bin ich auf der Flagge? Na, da drauf, würde ich sagen. Ja. Ah, und jetzt schaffe ich den Jump. Okay, ich verstehe. Boah, nice. Unten ein sein, getütet stark. Ich bin auf der 8er bei der Autobahn. Motivationseinsach. Bin auf der Autobahn. Auf der Autobahn? Okay. Auf der Autobahn. Dann bist du, glaube ich, 2 Level hinter mir. Noch, Elina, noch. Wichtig, dass wir das gecheckt haben. Einser. Wir sind im Tempel. Das habe ich nämlich nicht gecheckt. Tempel habe ich instant gecheckt. Zack, zack, zack. Tempel ist jetzt auch nicht so crazy schwer. Zack, zack. Wo jetzt? Aber die Autobahn habe ich nicht gecheckt. Nee, ich habe verkackt. Ja, ich muss hier lang. Das ist safe. Natürlich. Ähm. Hier, 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 hier. Das ist klar. Das ist auch klar. Das ist auch klar. Wahrscheinlich jetzt hier rüber. Jetzt hier hoch vermutlich. Das klappt irgendwie so nicht. Scheiße. Weil kann ich auch einfach so hoch stehen? Kann ich nicht. Ah, hier lang. Okay. Jetzt hier hoch. Hier hoch. Hier hoch. Hier hoch. Ah, dann geht es hier noch weiter. 18 Mal im Kreis, ey. Ja, das ist manchmal voll verwirrend, weil ich denke manchmal, ich war da schon mal. Zack, zack. Okay, Tempel geschafft. Boom. Schiffswrack-Level. Einser eingetütet. Boah, schade. Ich dachte, ich kann maximal illegal abkürzen. Aber ging nicht. Hier lang. So. Hier hoch. Hier, 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 hier. Einmal im Kreis. An die Leiter. Über den Rand. Schiffswrack auch geschafft. Regenbogen-Level. Alter, du musst so krass führen von den Lucky-Blöcken. Nee. Nee, ich habe 23. Ich höre dich. Ja, aber das muss ja nichts heißen, oder? Doch, doch, das heißt was. Du bist nicht weit weg von mir. Mann, ich schaffe diesen einen Sprung hier nicht. Oh, oh, Elina fängt an zu schwitzen. Ah, Mann. Hä, bin ich hier richtig? Das ist überhaupt... Ah, ich muss jetzt so zurück, oder was? Nee. Hä, macht das Sinn? Das macht Sinn. Das macht auf gar keinen Fall Sinn. Nee, ich bin doch von hier gekommen. Warte mal. Oh, Quatsch. Wir haben ein Secret gefunden, was mir nichts gebracht hat. Ja, ich auch schon mehrere. Aber das ist schon richtig, wo ich hier lang gehe. Aber dann komme ich ja da raus, wo ich hergekommen bin. Das hat doch gar keinen Sinn. Nee, safe. Das ist aber hier so. Ja, weil nee, da kann man ja nicht hoch... Ja, ich vollidiot. Da kann man ja nicht hochspringen. Also so gesehen, stimmt schon. Ich komme zwar von da, aber ich gehe da zu einer Stelle hin, wo man am Anfang nicht hingekommen ist. Ah. Oh. Erneut ein, eingetütet auf sicherer Basis. Ich schaffe diesen Schwung hier nicht. Was ist denn so komisch? Ich stelle mir bei den Korallen. Bei den Korallen? Doch. Ist das ein Secret? Bitte nicht. Ach, da soll... Nee, nee, nee. Da musst du auf jeden Fall nicht hin. Du musst hier zu diesem verdammten Kackblock. Moin, Elina. Was geht? Hey, ich habe vor dem Lichtpark hier. Sieht von komisch aus. Ja, bei mir auch. Hier, ich schaffe die ganze Zeit diesen Block hier nicht. Nee, du schaffst es jetzt first try. Ich habe den davor schon nicht geschafft. Oh. Den schaffst du nicht sehr schwer. Nee. Der ist ja so lustig gewesen. Boah, ich dachte, du hättest den geschafft. Ich dachte, du hättest den geschafft. Du hast da so ganz komisch reingebackt. Ist ja schon mal nice zu wissen, wo man hin muss. Man muss aufs Dach. Vom Haus. Boah, den habe ich first try geschafft, ne? Jo, ich habe es gar nicht gesehen. Ja, dann mach du mal hier diese Gelande. Ja, aber ich dachte, da geht es nicht weiter. Ja, viel Spaß. So habe ich auch geguckt. Man kann ja nicht auf den Zaun springen. Um die Ecke geht ja nicht. Lina, ich habe es geschafft. Hä, war das das letzte Level? Was? Oh Gott. Wie viel hast du, Lina? 42. Junge. Ich habe 28 nur. Na gut, ich fange an mit Öffnen. Zack, erster Block. Oh nein. Habinger. Wer ist er denn, Alter? Macht aber nichts. Der macht aber nichts. Wer ist er denn, Bruder? Laser Ride Boots. Oh Gott. Elina hat ein Tempel. Oh, ich habe ein Haus gebaut. Ach so, ich kriege die Sachen direkt ins Cementar. Elite Helm. Wow. Oh, ich habe ein Schwert schon mal. Ein Schwert. Fantarite Schwert. Man, schon wieder ein Habinger. Was ist das? Ethereal Gem? Guck dir den mal an. Wie viel beschwörst du denn von diesen Habingern, Alter? Ja, weiß ich doch nicht. Aber guck mal, ich habe hier den Inferno-Hack. Guck mal hier, ich habe eine Hand. Hä? Guck mal, ich habe eine Hand. Guck, wenn ich zuschlage. Hahaha. Lol. Alter, Elina, Junge. Hey, die droppen was. Oh. Wie, du Geier? Da ist sofort die Sachen geklaut, Alter. Alter, ich habe einen Witherite-Block mit... Junge Elina, du nervst. Wer ist der denn jetzt? Der ist übel laut. Junge, das sind zwei. Hast du keine OP-Waffe? Kannst du die nicht fertig machen? Nee, nicht so ganz. Die ist jetzt nicht so super stark. Warte, warte, warte. Ich glaube, ich kann eine OP-Waffe machen. Ich mache die fertig. Gehen wir eine Sekunde. Ich esse mir das jetzt plötzlich so viele. Warte, wenn ich eine Bergbank mache, kann ich, glaube ich, ein gutes Schwert craften. Das sieht mir der in die Draht cool. Boah, wie kompliziert. Das kann ich nur zum Upgraden benutzen. Okay, ey. Wie mache ich sowas hier? Oh, ja, okay. Das werde ich im Leben nicht craften können. Oh, der hat sich hingesetzt. Junge, das ist meine geklaute Waffe. Nice, guck mal, ich habe auch eine geklaut. Junge! Nee, nee, bis weiter sitzt. Ach so, den habe ich jetzt zweimal. Kann ich doppelt machen? Oh nein, was sind das denn für welche? Ey, das sind die, von denen ich die Hand habe. Boah, ich mache jetzt einfach hier unten weiter, ey. Sag ich dir, wie es ist. Ich habe eine Menge Effekte, aber ich habe leider keine gute Waffe, ey. Boah. Boah, Tempel. Ah, ich habe auch einen Tempel. War da was Gutes? Ich habe nicht geguckt, ehrlich gesagt. Hä? Man muss doch gucken, Elina. Das ist ein Riesengebilde, was man hier hat. Hier ganz oben ist schon mal nichts. Ich denke, das ist wirklich nur Deko, tatsächlich. Weil das Ding ist auch hohl. So wie ich jetzt... Guck mal, was ich bekommen habe. Oh mein Gott, Ben, du hast es noch viel größer gemacht. Hä, was habe ich größer gemacht? Das ist den Tempel. Guck dir das mal an. Das ist noch viel größer geworden. Ja, aber bringt es mir was? Nö. Nö. Aber guck mal. Radioactive Pickaxe. Ich habe ein Flamingo. Ja, ich sehe. Oh, warte, was ist das, was ist das? Grabstaub. Inventar kombinierbar. Ja, ich habe eine Waffe zum Glück, ey. Aber nur... Wie viel Damage hat die? Steht gar nicht da. Hä, das ist eine Rüstung? Die hat Rüstung. Voidaxe. Incorruptible Bogen. Der ultimative Bogen erstellt im Corruptive Krieg. Bei den Incorruptible Engeln. Okay, 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 okay. Das ist nice, das ist nice. Ich soll kurz meine ganzen Blumen hier aufräumen. Ja, ich habe geile Bosen. 17 Blöcke haben wir noch. Was ist das? Aber nicht so geile Brusten. Oh, Bruder. Okay, da kriege ich mehr Erfahrung, wenn ich den hier benutze. Alter Junge, Junge. Okay, mehr Erfahrung brauchen wir jetzt so gesehen nicht. Aber ich benutze mal. Veteranen Spitzhacke. Nee, Spitzhacken. Veteranen Ingets. Okay, können wir zum Craften benutzen. Multiversal Stone. Auch sehr, sehr geil, glaube ich. Wir sammeln mal weiter. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Was haben wir hier? Corrupted Essence. Die reinste Form der Corruption. Okay, jetzt brauche ich alles zum Craften, glaube ich. Ich meine, ich mache erst mal weiter, Leute. Oh Gott. Warte, Bogen, ich habe Bogen. Bruder, Alter, der ist ja übelnervig und laut. Also, ich ziehe schon gut ab, aber es sind halt sehr... Wow, sorry. Elina, wie siehst du denn aus, ey? Ganz gefährlich siehst du aus. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ang des Gebets. Halte die rechte Maushalz in der Erde des dekorativen Grabes, um zu beten. Kriege ich sie mit der Maushalz? Plus, ach, in der Haupthand. Und was bringst du denn, wenn ich es in der Haupthand halte, werde ich plus zehn Blöcke Reach habe. Ja, wow, bringt mir ja gar nichts, ey. Wie soll ich denn... Da kann ich ja keine Waffe benutzen, wenn ich das in der Haupthand habe. Ja, diesen komischen Scheißhaken habe ich dreimal, ey. Drei Hammer noch, Leute. Das war ein... Bedrock-Schwert. Okay. Okay, okay, okay. Das ist ein Netherite-Helm. Nee, Spiderite-Helm. Okay. Ich habe gar keine Werkbank. Warte, mir mal ein Stackgold-Effel genommen. Oh, ey. Du hast alles von mir geklaut, was du besitzt. Du hast doch doppelt so viel Lucky-Blöcke. Hallo. So, machen wir eine Werkbank. So, kann ich da auch was craften? Nee. Warte, können wir hier mal das schlaue Buch befragen. With the right ingots. Okay. Okay. Daraus können wir einen Amboss machen. Eine Mechanical Fear. Gut, das ist ja Quatsch, ne? Okay, das heißt, das bringt uns gar nichts. Schade. Dann die Inferno Nuggets. Bringt die uns was? Ich habe keine Brustplatte. Ja, diese Veteran-Ingels haben wir ja auch. Aber, oh. Das funktioniert sehr heftig mit so Aufwerten, Elina. Weißt du? Mir fehlen die Grundtool-Zeit. Ich könnte das schon aufwerten. Ich habe ja hier Multiversal-Stone. Aber, oh. Das Schwert ist big, 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 big. Was brauche ich für das Schwert? Oh. Bruder, das zu craften, eine Wissenschaft. Ja, so rüstungsmäßig sieht es ja noch ganz okay aus. Aber waffenmäßig ist hier auf jeden Fall wirklich eine Fool. Gar, das habe ich ein paar Sachen gecraftet. Multiversal-Boots, Ethereal-Helm. Radioactive-Boots, nee, die hatte ich schon. Ethereal-Hose und eine Veteran-Chess-Play. Das war im Prinzip ja auch alles ganz gut. Aber schwertechnisch, ne? Hier steht halt kein Schaden. Heißt das, die machen keinen Schaden? Aber die haben so Verzauberungen wie Kalter Biss. Muss da was bedeuten. Kalter Biss, oh. Oh, das sieht echt cool aus. Bist du ready, Elina? Yeah. Let's go. Ach so, du hast diesen Hammer. Oh. Oh. Kalter Biss. Ach, du bist nicht tot. Ich glaube, du bist tot. Hä, schlage ich? Sie haben Stufe 1 erreicht. Oh, das ist geil. Was ist das denn? Ja, das sind Void-Cores. Oh, da ist irgendwas kaputtgeklagert. Sofort wieder. Perfekt. Meine Rüstung sieht nice aus. Friss meinen Bogen. Macht der überhaupt was? Kann ich dich überhaupt angreifen, Sachen? Das ist mein Hammer. Kriegst du gar keinen Schaden, oder? Nee. Du? Nee. Doch, ich krieg Schaden. Also ich generiere instant. Unsere Waffen sind zu schwach. Wir brauchen stärkere Waffen, Elina. Verstärkt mit dem Universal-Schwert. Unglaubliche Power. Aber Elina hat ein noch besseres Schwert. Oh. Oh nein. Ich zieh dich nicht. Oh. Du hast 89 Erfahrungen gestorben, indem du bangst. Ich bin tot. Du hast mich gekillt. Ja, ich weiß. Das war ja übel krass. Ja, weil ich habe drei Leben. Was ist das denn? Komm, ich komme wieder. Ich Flamingo-Man. Komm, ich bin. Ich habe dich nicht gekillt. Bangs wurde von Elina. Hä? Ich habe dich gekillt. Äh, wie? Dann geht es dir gut, oder? Ich raff gar nicht, wie du mich killst. Ich habe volle Rüstung. Mit dem Voli-Bosse-Schwert. Und... Nee, warte. Bam. Ah, ich habe eine Fähigkeit. Guck mal. Du bist aber schon wieder gestorben. Aber ich verstehe nicht, wie. Wie killst du mich? Ich habe eine volle ganze Rüstung. One-Hit. Bam. Zack, tot. Elina, weißt du, wie viele Rüstungspunkte ich habe? Elf. 1500. Ja, ein bisschen mehr als elf. Ja, hä? Du kannst mich gar nicht killen. Was ist das denn? Klar kann ich das. Er hat dein Schwert nicht. Er hat eine Instant-Kill-Fähigkeit, oder was? Er hat auf jeden Fall keine Rechtsklick-Fähigkeit. Boah, bin tot. Ah, ja, das hat irgendeine Special-Insta-Kill-Fähigkeit, ja. Dann einigen wir uns noch auf den Unentschieden. So, das war das Lucky Block Battle mit dem Universal Lucky Block eben. Würfel. Ich hoffe sehr, euch hat das Ganze gefallen. Lasst mir mal eine positive Bewertung da. Wäre sehr, sehr geil. Abonniert natürlich auch den Kanal Kostenloser Mente. Bis morgen, euer Benson. Ciao. Bis morgen, bis morgen, bis morgen.